Wir wollen, dass wir so schnell wie möglich kommen können. Aber es reicht am Ende nicht mehr und der Schwede setzte sein Spiel durch. Noch zu nutzen. Sechs Satzbälle vergeben und Waldner führt mit 2 zu 0. Es trifft beide. Das ist kein Nachteil für einen. Das ist ein Rezept, was sich ausgezahlt hat. Und zurückzuspielen, denn dann kommt anschließend ein Schuss oder ein ganz schneller Topspiel hinterher. So einer. Und das war's. Jan-Owe Waldner gewinnt mit 4 zu 1 gegen Timo Boll. Mit seinen 38 steht er im Olympischen Halbfinale. Das war's. Das war's. Die Fälle sind die Pace, die Placement und die Spinn. Aber du hast die Rhythm der 5 zu 1 gegen Timo Boll. So das ist die reale Differenz. Great rally here Waldener on defense He's excellent on the defensive topspin Look at the footwork of Ma Getting to every ball with the forehand Oh my He goes short to the forehand No, he goes to the backhand A young player who likes to play Look at this Belle conclusion de points For Waldener Yeah, it's true Waldener has 2 balls to 7 Sur le service de Jean-Michel Le changement de distance Les lacets sont faits Le service maintenant L'attaque de Waldener Victor Non mais à l'interview tout à l'heure Je vous conseille de lui montrer ce ralenti là On va demander à Vincent Gustin Notre réalisateur Oh la 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 Et la première est la bonne Le meilleur joueur de tous les temps Il y a le Waldener Qui remporte Votre premier ITTF Legends Tour Face à Jean-Michel Serf Dans une très très grande finale Il est en train d'applaudir Philippe Et il le mérite bien Tous les deux Et il le mérite bien